Hi, herzlich willkommen YouTube mal wieder zu einem kleinen Video auf meinem Kanal Wie euch bestimmt schon aufgefallen ist, kamen die letzten... warte... kamen die letzte Woche nur Minecraft-Videos, hier Stageblock Part 4, Part 5, Part 6 und Part 7 Part 7 ist heute rausgekommen vor 2 Stunden und ähm... Hallo, egal... und ja, ähm... in dem Videotitel von hier jetzt von dem Video wird wahrscheinlich stehen Videopause oder so kleine Videopause und zwar ich werde ab heute bis... Puh, weiß ich nicht ungefähr 2 Wochen nichts hochladen, weil ähm... ich schon meine ganzen Dateien von dem PC, also von dem... von dem alten PC äh... auf USB-Sticks und so getan hab weil ich ja ungefähr in 2 Wochen einen neuen PC bekomme so ungefähr in 2 Wochen und dann treffen wir uns dann schätze ich mal wieder auch in den einen oder anderen neuen Let's Play weil Minecraft Stageblock geht nicht mehr so lang und äh... äh... der Grund ist warum jetzt die letzte Woche nur Minecraft Stageblock kam weil eben ich schon alle meine Sachen auf dem... auf dem USB-Stick hatte und nur noch die 4 Parts ähm... im Voraus aufgenommen und gerendert hatte also hab ich die noch hochgeladen und ja... in 2 Wochen wird's dann weitergehen mit Let's Plays und dann mit Stageblock und ich weiß nicht ob ich ähm... Pokémon, also Amazonid weitermachen soll weil... äh... ich weiß nicht hab irgendwie das Gefühl das schauen nicht so viele die haben meistens nur 5 oder 8 Aufrufe und Stageblock also okay die 5 Minuten Parts das ist halt ähm... ja weil ich das in der Woche hochladen die 5 Minuten Parts von Stageblock und ähm... ja... da... ja... da kann ich nicht so viel hochladen weil mein Internet nur natürlich sauer langsam ist und dann... wenn... noch eine Änderung wenn ich meinen neuen PC dann hab dann... geht das auf jeden Fall auch schneller dann wird 100% jeden Tag ein Video kommen weil dann dauert es nicht 4 Stunden für einen 15 Minuten Parts zum Rendern sondern nur eine halbe Stunde oder 20 Minuten und das geht dann alles viel einfacher und äh... hochladen tue ich die Sachen dann wenn ich in der Schule bin das passt dann schon und ja... dann könnt ihr euch auf das eine oder andere neue Let's Play dann auch freuen ich sag jetzt noch nicht was es ist aber auf jeden Fall eins von diesen hier zwei... aber erstmal eins und ähm... ja... ich wüsste jetzt nicht was ich noch sagen sollte also... ich würd sagen wir sehen uns in 2 Wochen wieder ich mach jetzt erstmal... weil wir haben die Woche noch Ferien und dann sehen wir uns so ungefähr in 14 Tagen wieder so... ja... nicht bewerten vergessen und ähm... bleibt mir treu die 2 Wochen wer kann die abonnen... die abonnen... die abonnen... ja... 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 ne Spaß alles dann... tschüss das ist 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 das ist